Liebe Studierende, willkommen zur vierten Videoübung des Semesters zum Thema Geladenes Teilchen im elektrischen Feld. Die Abbildung zeigt die Flugbahn eines Teilchens, welches im Flug durch ein homogenes elektrisches Feld zwischen zwei parallelen Platten abgelenkt wird. Dabei erscht eine Potentialdifferenz V zwischen den beiden Platten der Länge L, welche in einem Abstand d voneinander angebracht sind. Das Teilchen hat die Masse m und die positive Ladung q und bewegt sich vor Eintritt ins Feld mit der nicht-relativistischen Geschwindigkeit v. Die Flugrichtung beim Eintritt ist senkrecht zum elektrischen Feld und das Teilchen tritt genau in der Mitte zwischen den Platten ein. Wir nehmen an, dass L, Länge der Platten, viel, viel größer ist, als Abstand zwischen den Platten ist. Frage a. Man soll erstens die elektrische Kraft, Betrag und Richtung, die auf das Teilchen wirkt, berechnen. Für die Polarität der Batterie wird das elektrische Feld von der unteren zur oberen Platte orientiert sein. Für die Kraft gilt dann vektoriell, diese elektrische Kraft ist gleich Ladung mal elektrisches Feld. Die Kraft ist also parallel zum Feld zwischen den Platten gerichtet. Wir definieren das Bezugssystem so, dass die y-Achse parallel zum Feld und die x-Achse parallel zum Geschwindigkeitsvektor vor Eintritt ins Feld sind. Durch das angelegte Potential gilt auch, dass die elektrische Feldstärke selber in dieser Konfiguration ist gleich dem Verhältnis Batteriespannung V geteilt durch Abstand d zwischen den Platten und somit die gesuchte elektrische Kraft explizit ist q mal Batteriespannung geteilt durch Abstand d mal eben ein Einheitsvektor für die y-Richtung. Frage b. Unter der Annahme einer kleinen Ablenkung, das heißt, die Position y des Teilchen zu einer gegebenen Zeit t ist immer viel viel kleiner als die Länge der Platte L, lässt sich bei dieser Approximation oder bei dieser Bedienung lässt sich die parabolische Flugbahn, wie in der Bildung skizziert, durch eine gerade Linie annähern. Diese Gerade spannt mit der ursprünglichen Bewegungsrichtung des Teilchens einen Winkel θ auf. Man soll jetzt diesen Ablenkwinkel θ im geschilderten Grenzfall kleiner Ablenkungen eruieren. Die oben bestimmte Kraft definiert gleichzeitig die Beschleunigung des Teilchens und nach dem Newton'schen Gesetz kann man schreiben, dass die Kraft, in diesem Fall diese elektrische Kraft, ist gleich der Träger als Kraft Masse mal Beschleunigung. Und mit dem Newton'schen Gesetz haben wir dann eine Darstellung der y-Komponente der Beschleunigung des Teilchens, nämlich Q-Ladung mal Batteriespannung geteilt durch Masse mal Abstand d zwischen den Platten. Und somit die Ortskoordinate längs der y-Achse lassen sich mit der bekannten Formel aus der Mechanik, nämlich y zur Zeit t ist dann gleich 1,5 mal diese Beschleunigung, in diesem Fall die y-Achse-Komponente, mal die Zeit im Quadrat. Was dann explizit zur folgenden Formel führt, 1,5, Ladung Q mal Batteriespannung, geteilt durch Masse mal Abstand, mal eben diese Zeit im Quadrat. Die Zeit, während sich das Teilchen zwischen den Platten befindet, ist so definiert, nennen wir diese Zeit T, ist gleich L geteilt durch Vx, wobei Vx die Projektion der Geschwindigkeit V längs der x-Achse ist. Im Falle kleiner Ablenkungen lässt sich schreiben, dass Vx ist praktisch gleich V. Und in dieser guten Nährung gilt schließlich, dass diese Zeit D ist nicht anders als L, also Länge der Platten, geteilt durch Geschwindigkeit V des Teilchens selber. Für kleine Ablenkwinkel gilt demnach, dass die Tangenz des gesuchten Winkel Thetats ist definitionsgemäß gleich dem Verhältnis zwischen y zur Zeit T gedeicht durch Abstand L. Und explizit, das ist nicht anders als L, geteilt durch 2 mal Abstand D zwischen den Platten, dann mal Batteriespannung mal Ladung, geteilt durch Masse mal Geschwindigkeit im Quadrat. Und durch Arctangens dieser Formel erreichen wir dann eine explizite Darstellung für den gesuchten Winkel Theta. Frage C. Man möchte wissen, welche Spannung V, also der Batterie, darf maximal angelegt werden, so dass das Teilchen nicht mit den Platten kollidiert. Aus den Aufgaben A und B kann man sich vorstellen, dass je größer die Batteriespannung ist, desto größer der Ablenkwinkel sein wird. Das Teilchen kollidiert nicht mit den Platten des Kondensators, also dieser Anordnung, wenn y, wenn die Ortskoordinaten des Teilchen längs diese y-Achsen, bei Austritt kleiner ist als sein Abstand zu den Platten beim Eintritt ins Feld. Also, wenn y zur Zeit T kleiner ist als D-Alpe. Mit den vorherigen Ergebnissen folgt, dass dies explizit ist, 1-Alp Q mal Batteriespannung, geteilt durch Masse mal Abstand D mal L im Quadrat, geteilt durch Geschwindigkeit im Quadrat, muss kleiner sein als D-Alpe. So dass für die gesuchte Spannung gilt, dass V muss kleiner sein als D im Quadrat mal Masse mal Geschwindigkeit im Quadrat, geteilt durch L im Quadrat mal Ladung Q. Frage D. Mit Hilfe eines zusätzlichen homogenen magnetischen Felds kann das Teilchen auf einer geraden Flugbahn gehalten werden. Man möchte wissen, in welche Richtung muss das magnetische Feld zeigen und wie stark muss es sein. Eine Ladung Q in Bewegung mit der Geschwindigkeit V in einem äußeren magnetischen Feld erlebt in einem solchen magnetischen Feld eine Lorentzkraft. Diese Lorentzkraft, vektoriell geschrieben, ist gleich Q mal Geschwindigkeit V Vektorprodukt magnetischer Flussdichte B. Damit diese Kraft magnetischer Natur zur Kompensation der elektrischen Kraft dienen kann, muss die Lorentzkraft die entgegengesetzte Orientierung der elektrischen Kraft besitzen. Wegen des Vektorproduktes muss also das Magnetfeld nach der rechten Handregel aus der Platteebene heraus zeigen. Dann, in der Geometrie dieser Anordnung gilt, dass der Betrag der Lorentzkraft ist einfach Q mal V mal B. Wobei hier von jetzt an man auf die vektorielle Schreiweise als Folge der Geometrie der Anordnung verzichten kann. Diese Lorentzkraft muss die elektrischen Kraft entgegenwirken, also Gleisätzen der elektrischen und magnetischen Kraft ergibt somit, dass Q mal E muss gleich sein Q mal V mal B. Und gelöst nach der gesuchten magnetischen Flussdichte B ist dann gleich elektrische Feldstärke gedeicht durch Geschwindigkeit V. Noch expliziter wäre Batteriespannung gedeicht durch Abstand zwischen den Platten mal Geschwindigkeit V. Diese Aufgabe hat die Deutung der Kräfte im elektrischen sowie magnetischen Feld in Vordergrund gesetzt. Ich freue mich auf die nächste Videoübung mit Ihnen.